Hallo, ich bin Sandra Holze von Likes Media und auch heute beantworte ich wieder eine Social Media Marketing Frage. Und zwar die Frage, wann ist die beste Zeit, um auf Facebook Updates zu verschicken? Wann werden meine Beiträge am ehesten gesehen und bekommen die meiste Interaktion? Also wann werden sie am häufigsten geteilt? Wann klicken die meisten Leute, gefällt mir? Oder kommentieren meinen Beitrag? Da gibt es keine ganz klare Antwort, aber es gibt viele Studien, die untersucht haben, wann die höchste Interaktion auf Facebook stattfindet. Und man kann ganz grob sagen, das ist frühmorgens um 11 und es ist abends in der Zeit von 19 bis 22 Uhr. Das heißt, ich schlage vor, dass Sie versuchen, Ihre Updates einfach mal in diesen beiden Zeiträumen zu verschicken und das vielleicht einfach mal zwei Wochen durchziehen und dann gehen Sie in Ihre Facebook-Statistiken und schauen, ob Sie da signifikante Unterschiede feststellen, ob vielleicht die Abendstunde sich mehr lohnt und vielleicht wollen Sie dann auch in den nächsten zwei Wochen ganz andere Uhrzeiten ausprobieren, dass Sie sagen, Sie versuchen es früh um 8 und nachmittags um 5, weil es natürlich zum Schluss von Ihrer Zielgruppe abhängt. Allerdings kann man zusammenfassend sagen, dass die allermeisten von uns in den Abendstunden auf Facebook sind, sei es vor dem Fernseher oder auch auf dem Handy, auf dem Nachhauseweg oder auch abends noch schnell im Bett mit dem Laptop. Also die Abendstunden laufen auf alle Fälle sehr gut auf Facebook. Ob Ihre Zielgruppe frühmorgens vor der Arbeit bereits auf Facebook eingeloggt ist, das werden Sie rausfinden, indem Sie einfach Ihre Updates auch dann mal verschicken. Aber die letzte Studie, die es dazu gab, die die deutschen Facebook-Seiten untersucht hat, die hat herausgefunden, dass es früh um 11 und abends zwischen 19 und 22 Uhr definitiv die meiste Interaktion auf Facebook gibt. Also versuchen Sie sich an diese Zeiten mal zu halten und schauen Sie immer wieder auch in Ihre Facebook-Statistiken, um herauszufinden, ob es vielleicht Abweichungen gibt und vielleicht der Morgen gar nicht gut läuft oder die Leute nicht abends bei Ihnen unterwegs sind auf Ihrer Seite. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ganz viel Spaß und bis zum nächsten Video. Mein Name ist Sandra Holze und das war ein Social Media Marketing Tipp von Likes Media. Tschüss!